Heute, an meinem dritten Tag als Jungingenieur für die Firma Thyssen Best Clothes, bin ich in geheimer Ausmission tätig. Ich habe, da mir keine genaue Weisung genannt wurde, überlegt, dass ich diesen Wasserfrosch auf das Vorstandsgebäude pinsel. Ich denke, das ist mir recht gut gelungen. Ich möchte dem Firmenvorstand damit beweisen, dass außer gemischten Wasserdampfprozessen und deren Verständnis und Anfertigung noch manch anderes Talent in mir schlummert. Ja, das klappt wohl ganz gut.